Ich bin ein Kuchen. Okay, komm. Willkommen dann. Hast du Lust? Ja. Haben wir ein Messer? Ja, ne? Du, Mensch ist kein Kuchen. Warum nicht? Du, ne? Dann nimmst du ein Doppelgroßes Stück, da? Nein. Nein. Heißen Ella. Ja, danke. Ich hab auch erst mal Ella. Wir haben auch noch eine Ruhe. Nein, das ist Ella. Wir beide wollen nicht erst mal. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Wir sind jetzt schon mal. Ja. Ja, siehst du, Ella? Ja, siehst du. Hallo. Hallo, dass du da bist. Wie geht's dir? Komm auf den Sitz. Ich habe leider keinem Geschenk. Ich habe das in meinem Papi angelegt. Achso, danke. Wie geht's dir? Ich kann schreien. Dann nehmen wir jetzt alles drauf. Wir lassen sie einmal raus. Ich kann nur nicht versprechen, dass ihr stehen bleibt. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe es nicht trotzdem genommen. Auch wenn es unmöglich ist. Wir schaffen es.